Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Adrian und Steffi. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen. Wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat. Ja, also willkommen zum Audio-Stammtisch vom Retro-Kompott. Ich wurde gezwungen, das heute anzumoderieren, also moderiere ich es an. Ja, hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, bis jetzt sind noch nicht so viele Leute dabei. Unter anderem der Christian. Hallo Christian. Hallo. Und ja, der Patrick. Den habt ihr schon gehört. Hallo Patrick. Moin. Ich schalte gleich mal das Echo hier aus. Ich sehe den Fehler schon bei Twitch. So, jetzt ist Echo auch aus. Jetzt müsste man uns vernünftig hören. Danke für den Hinweis. Das war aber nur auf Twitch, nicht im Podcast nachher. Ja. Und Moment, Moment, Moment. Ich habe noch jemanden vergessen. Ich mich selber. Hallo, hier ist der Ingo. Hallo. Hallo Ingo. Hey. Ja, bevor wir anfangen, habe ich noch mal ein bisschen Kleinkram vorweg, weil ich noch gleich mal kurz was essen muss. Wieder mal. Ich komme direkt vor einem Termin. Wollte mir noch ein paar Sachen mal vorweg noch mal bekannt geben. Einmal nochmal der Hinweis an alle, die diesen Stammtisch hören. Wenn ihr mehr als die erste Stunde hören wollt, freuen wir uns riesig. Wenn ihr uns auf Patreon oder Steady unterstützt, dann könnt ihr A diesen Stammtisch durchgängig hören. Nämlich die ganze Folge, nicht nur die erste Stunde. Und ihr sichert auch damit ja unseren Podcast und die ganzen Projekte, die wir haben. Und das ist wirklich wichtig, denn wir werden Ende des Jahres wieder gucken, wie wir bei Patreon stehen und müssen dann eventuell einige Projekte einstampfen oder verkleinern oder halt vergrößern, je nachdem, wie der Zuspruch dann ist. Das ist halt ganz wichtig, weil davon hängen auch, wie gesagt, Dinge wie dieser Stammtisch oder auch der Video-Stammtisch und andere Sachen ab. Und deswegen die Bitte, uns da zu unterstützen. Ihr seht das ja auch auf Twitch eingeblendet. Ansonsten findet ihr Infos auf retrocomport.de. Da kann man uns schon ab einen Euro im Monat helfen. Und wie gesagt, dann kann man diese Projekte damit auch stützen. Ja, nochmal an Twitch. Der Titel ist falsch. Richtig, habe ich vergessen. Ja, ich habe es gerade geändert. Du musst doch die Tags eingeben. Tags gebe ich nie ein. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht mal, wie das geht, Ingo. Aber egal. Dann versuche ich es. Versuch es ruhig. Zweite Sache. Das war die eine Sache. Die zweite Sache. Wir machen unsere Weihnachtsfeier. Da ist jetzt soweit grob alles geklärt. Und da will ich noch einmal kurz erklären, wie das funktioniert. Dazu muss ich einmal kurz das richtige Pad finden bei mir. Ganz kleinen Moment. Also sie findet statt vom 17. bis 19.12. Das hatten wir ja auch immer schon so angekündigt. Das bleibt auch so. Also Freitag, Samstag, Sonntag. Und wir werden am Freitag mit 3G starten. Von 18 bis 22 Uhr. Also da kann jeder kommen, der getestet, geimpft oder gelesen ist. Das ist der augenblickliche Stand. Es gibt natürlich dann die aktuelle Regel, was dann am 17. in Hamburg notwendig ist. Ja, wie gesagt, am Freitag machen wir 3G von 18 bis 22 Uhr. Am Samstag, muss ich jetzt mal gucken, da beginnen wir um 12 bis Open End. Also die ganzen Tag, die ganze Nacht. Solange ihr wollt, machen wir da ein 2G-Event. Und am Sonntag geht es dann noch mal mittags los bis abends. Da findet ihr alle Infos auch auf unseren Homepages. Entweder auf retrospieleclub.de oder retrosport.de. Auch wie ihr da Tickets bekommen könnt. Und wie man die auch kombinieren kann. Und so weiter. Und da werden auch einige von uns da sein. Zum Beispiel der Ingo. Das darf ich doch mal spoilern, oder? Ja. Also zu 99,9 Prozent. Wenn ich nicht krank werde, dann komme ich. Das ist sehr, sehr schön. Also wie gesagt, das machen wir auf jeden Fall. Und da wird es viele tolle Aktionen geben. Viele von uns werden dabei sein. Wir machen wahrscheinlich auch Retro-Bingos den ganzen Tag lang. Wir machen Spielewettbewerbe, verlosen Steamkeys wieder. Und die Retro-Card kann man natürlich auch dort bekommen wieder. Und das wird ein cooler Tag an mindestens 50 spielbaren Geräten. Also ich denke mir, das wird super. Und für Samstag und Sonntag gibt es doch genügend Karten. Trotzdem bitte per E-Mail reservieren. Wer Freitag kommen möchte, zu der 3G-Veranstaltung bitte sehr schnell anmelden. Da sind nur noch einige Restkarten da. Da dürfen wir ja nur zehn Leute in die Location lassen. Das wird sonst ein Problem. Ja, da freuen wir uns drauf, dass da was passiert. Und ansonsten haben wir noch den Christian, ähnliche Christian. Der Carsten ist noch dazugekommen. Immer nur C ist hier. Hallo Carsten. Ja, genau. Hallo. Ja, hallo. Guten Abend zusammen. Na, Band. Und wie gesagt, dann könnt ihr gerne jetzt schon mal so ein bisschen am Stammtisch weitermachen. Die erste Stunde, wie gesagt, lassen wir auf Twitch noch weiterlaufen. Ich gehe kurz was essen, komme aber nachher auch nochmal wieder. Also das wollte ich einfach nur vorweg sagen, weil wie gesagt, dass mit der Weihnachtsfeier uns sehr freut, dass das jetzt wohl doch klappen wird. Das wusste man ja mal nachher nicht. Aber wichtig ist halt, meldet euch an, sagt Bescheid, wenn ihr Interesse habt, ob ihr ein, zwei, drei Tage kommt. Und dann reservieren wir euch die Plätze. Ja, dann noch viel Spaß aufs Stammtisch und bis gleich. Ja, bis dann. Ja, kommt denn von euch jemand zu der Weihnachtsfeier? Ja, Christian, du bist ja auch vor Ort. Du kommst mit Sicherheit, oder? Ich muss gucken, wie ich arbeite. Das ist leider ein Arbeitswochenende bei uns. Und je nachdem, wie die Schichten fallen, das kann ich in ein, zwei Wochen, kann ich dir das sagen. Da habe ich nämlich den Dezemberplan hoffentlich dann. Ich plane es ein, aber 100 Prozent zu sagen kann ich noch nicht. Der Samstag geht ein bisschen in die tiefe Nacht. Also vielleicht klappt es da ja dann. Je nachdem, wann du natürlich arbeitest. Wenn du eine Nachtschicht hast, ist es viel schwierig. Ja. Ja, also ich muss ja noch bei mir auch meinen Flug buchen. Da bin ich mir noch nicht ganz einig, weil ich fliege halt auch gerne. Und ich habe mir wirklich überlegt, ob ich nicht halt dann noch so einen Flugbezwischenstopp machen soll irgendwo. Zum Beispiel, es gibt einen Flug, wo ich mir mal rausgesucht habe, von Luxemburg über München nach Hamburg. Es hat was. Aber gut, mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Ich vermisse halt irgendwie die Fliegerei. Was kostet dich der Spaß? Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Ich bezahle wahrscheinlich eh mit Meilen, weil ich habe ein relativ gut gefülltes Meilenkonto. Und da ist mir das im Prinzip egal. Da zahle ich dann halt die ganzen Flüge damit. Und so ein bisschen habe ich das Fliegen halt vermisst. Ja, aufgrund halt dieser ganzen Lage. Und deswegen ist es halt ein bisschen so, wie soll man sagen, auch so eine Art Spritztour. Wobei ich selber mit dem Auto nie Spritztour mache, weil Autofahren mache ich nicht gerne. Das ist nicht meins. Also lange Strecken bin ich auch sofort bei dir. Aber ich finde, innerhalb Deutschlands muss man nicht fliegen. Also ich bin ja sonst kein Mensch, der hier bei diesem ganzen Klimakram lauschtark hier schreit. Aber wenn es eine Sache gibt, die ich dermaßen unnötig finde, dann sind es Inlandsflüge. Also was Deutschland ist an mir. Du hast aber halt das Glück, dass du halt an einem in der Nähe von einem Bahnhof wohnst. Ja, und der nächste Bahnhof, der ist bei mir jetzt aufgrund der Hochwasserkatastrophe, ist der von 20 Minuten auf eine Stunde Fahrzeit angestiegen. Das ist ziemlich schwer, den zu erreichen. Also da bin ich fast so schnell auch dann beim Flughafen. Und dann ist es halt auch nur so ein Kleinkaufbahnhof. Und da muss man halt wirklich paar Mal umsteigen. Und ich habe keine Lust, weil wenn ich jetzt vier Tage komme, möchte ich natürlich auch Gepäck mitnehmen. Ich möchte Sachen einkaufen. Ich möchte auch dann was transportieren. Da komme ich mit dem großen Koffer. Und alleine mit dem großen Koffer und mit dem Rucksack zu reisen, das finde ich halt irgendwo doch ziemlich unsexy. Also ich weiß nicht. Das ist nicht sehr schön. Vor allem, wenn dann niemand dabei ist, mit dem du zusammenfährst. Dann kannst du halt auch nicht auf Toilette gehen und dein Gepäck einfach am Sitz stehen lassen. Das geht dir halt dann auch nicht. Und auch dann ist man da auch dann so sechs Stunden unterwegs. Und dann fliege ich halt lieber. Du bist verdammt misstrauisch, ne? Also ich habe schon einige Storys gehört, gerade mit Diebstahl in Zügen. Ja, da bin ich extrem misstrauisch. Also das ist nicht schön, was ich da jetzt alles gehört habe. Also ich würde jetzt mein Koffer oder mein Handgepäck dann nicht einfach so stehen lassen. Also so, ja, vertrauenswürdig wäre ich da jetzt nicht. Ganz ehrlich, ich fahre seit, ich kann das gar nicht mehr zählen, 25 Jahren regelmäßig Zug. Und klar, mir ist auch schon mal ein Koffer geklaut worden. Lustigerweise ein fast leerer Koffer. Aber wenn es danach geht, dann dürfte ich nirgendwo, selbst im Restaurant, wenn ich irgendwo alleine bin, meine Jacke nicht am Stuhl lassen, müssen sie immer mitnehmen. Also über solche Sachen mag ich mir oftmals keine Gedanken machen, weil dann werde ich paranoid, weil dann kann mir überall was geklaut werden. Vor allem hier in Hamburg. Ja, aber gut, das ist halt, ich bin halt nicht so der Zugfahrer. Das hat halt mehrere Gründe. Es wird jetzt auch vielleicht geplant, weil Adenauer hatte früher mal eine Zuganbindung, dass die jetzt nach der Flutkatastrophe wieder aufgebaut werden soll. Und dann würde ich wahrscheinlich auch eher dann Zug fahren. Aber ich müsste jetzt, wenn mich keiner zum Bahnhof bringt, dann müsste ich mein Auto dann halt am Bahnhof vier Tage stehen lassen. Und das will ich halt auch wieder nicht machen. Das ist halt auch ein bisschen doof. Aber ja, gut, ich gebe es zu. Ich fliege halt gerne. Und das ist für mich halt auch ein bisschen so eine Art Freiheit. Ich weiß, mit Inlandsflügen, ja, das ist nicht sehr gut fürs Klima. Ich schäme mich halt auch da deswegen. Aber ja, gut. Ich finde den Sitz im Flugzeug. Also es ist mir aufgefallen, als wenn wir jetzt nach Kreta geflogen sind oder auch nach nach Sansibar von Muscat aus vor zwei Jahren. Ich fand die Sitze teilweise enger als in manch ICE. Ja gut, kommt natürlich darauf an, wo du sitzt. Das ist halt. Also ich fliege halt meistens gerne auch weiter vorne. Und da sind halt die Sitze breiter. Also fliegst du Business Class oder was ist das dann? Genau. Und da hat man eigentlich immer schönen Platz und ist halt sehr angenehm. Und deswegen ist es ja jetzt auch nicht so beengt, finde ich. Ich habe da mal gesessen, weil ich auf Service gewartet habe, der mich dann aus dem Flugzeug quasi abgeholt hat. Das stimmt schon. Also die Sitze sind vorne. Es sind echt wie zwei Welten. Ja, und es kommt natürlich darauf an, wenn du jetzt innereuropäische oder außereuropäische Flüge machst, also internationale Flüge, dann ist es halt nochmal anders. Leider gibt es halt hier in Europa nur relativ schlechte Produkte halt so in Business Class. Meistens ist es halt so, dass du dann Sitz hast wie in Economie, die halt noch vielleicht ein bisschen weiter auseinanderstehen, also die zur Vorderreihe. Und dann hast du halt einen Sitz neben dir immer halt frei. Ja, und das ist halt dann auch so eine gewisse Art von Luxus. Und gerade wenn man jetzt halt auch mit Meilen solche Sachen bucht, ist es halt auch nicht viel teurer. Also da kann man halt, ja, also ich habe wie gesagt jetzt auch so lange Meilen gesammelt, die ich nicht ausgeben konnte. Und da investiere ich halt dann gerne mal ein bisschen was. Das ist halt so ein bisschen Luxus. Spannend. Ich habe davon auch schon gehört. Also du kannst dann teilweise, wie bei der Bahncard, da kannst du ja auch pro Fahrt, die du gebucht hast, wenn du das registrierst, Punkte sammeln. Also das gibt es ja bei Flügen dann auch. Genau. Und da kannst du ja die auch dann in Geld eintauschen. Und ich habe jetzt halt auch fleißig Punkte gesammelt. Und wenn man halt sein Leben etwas optimiert, dann kann man da schon durchaus eine Menge sammeln. Und das kann man dann halt wiederum dann halt auch in solche Prämien halt einlösen. Und vor allem der Vorteil ist halt, man kann halt auch mehr Gepäck mitnehmen. Ja, das heißt, man kommt dann vielleicht mit zwei Koffern zurück. Also fliegt mit einem Koffer hin, kommt mit zwei Koffern zurück, wo man halt Sachen gekauft hat, so Weihnachtsgeschenke und sowas. Das ist halt auch praktisch, weil wenn du, ich hatte zum Beispiel jetzt einen Besuch da, Verwandte von meiner Frau waren jetzt zu Besuch. Und beim Rückflug mussten die halt jetzt Übergewicht bezahlen, weil die hatten irgendwie acht Kilo pro Koffer Übergewicht. Ja, und dann, ich weiß nicht, was sie bezahlt haben, aber da kann es dann schnell passieren, dass du 30, 40 Euro pro Kilo zahlen musst. Ja, und da bist du halt dann schnell in irgendwelchen hohen Dimensionen. Was ich mich dabei aber jetzt gerade frage, wenn du das so mit den Meilen erzählst, dann bist du aber, dann musst du ja immer mit einem und derselben Fluggesellschaft fliegen, oder? Nö, also das ist, es gibt ja Allianzen und du kannst die Meilen halt innerhalb der Allianz auch da einlösen. Natürlich muss man das etwas optimieren. Also nur mal als Beispiel. Ich sammle unter anderem Meilen halt bei Miles & More. Das ist halt das Prämienprogramm von der Lufthansa und die sind in der Star-Alliance. Und da gibt es halt auch andere Airlines, die da Mitglied sind. Unter anderem zum Beispiel die türkische Airlines oder auch Singapur-Alliance. Und da kann man halt dann dort auch für diese Punkte theoretisch dann auch dort Tickets kaufen. Allerdings gibt es halt bei der Lufthansa auch immer jeden Monat sogenannte Meilenschnäppchen. Und da bekommt man zum Beispiel zu dem halben Preis der regulären Meilen Flugangebote. Und da kann man teilweise dann wirklich relativ günstig fliegen. Ich habe mir zum Beispiel auch mal Zeitschriften-Abos mal gekauft, wo man halt, ich weiß es nicht, ich glaube für ein 100-Euro-Abo hat man 10.000 Meilen bekommen. Ja. So. Wenn man jetzt die Zeitschrift auch noch liest und die sowieso gekauft hätte, dann hat man 10.000 Meilen bekommen. Und wenn man fünf solche Zeitschriften liest, hat man 50.000 Meilen. Und zum Beispiel für 55.000 Meilen gibt es schon ein Business Class Meilen-Schnäppchen nach Los Angeles. So. Und das finde ich jetzt zum Beispiel nicht abwegig. Nein, definitiv nicht. Dann mal eine Frage, ob du damit Erfahrung gesammelt hast. Wir fliegen nächstes Jahr im September nochmal nach Kreta. Und wir fliegen mit einer Gesellschaft, die heißt Corendon. Habe ich vorher noch nie was von gehört. Aber da du ja so ein Vielflieger zu sein scheinst, kennst du die? Oder hast du mit denen schon mal Erfahrung sammeln können? Nee, das kenne ich nicht. Aber es gibt halt in Europa sehr viele Fluggesellschaften. Allerdings gibt es auch recht strenge Normen hier in Europa. Das heißt, wenn die jetzt irgendwie schlecht wären, dann dürften die auch gar nicht landen und kriegen auch keine Landeerlaubnis. Deshalb würde ich mir jetzt auch keine Sorgen machen. Das ist halt, die kommen und gehen. Das steckt mir eigentlich nicht drin. Also die sind alle auf einem recht hohen Niveau, denke ich mal. Deshalb brauchst du keine Sorgen zu machen. Naja, das ist ja dann schon mal etwas. Ja, also wie gesagt, wenn du jetzt halt auch mal öfters in Urlaub fliegst mit Linienflugzeugen, dann kannst du ja auch dich da bei dem Meilenprogramm eintragen und einfach mal so nebenbei Meilen sammeln. Oder es gibt ja auch dieses Payback, was ja einige Leute kennen, wahrscheinlich auch hassen, aber das mache ich halt leider auch. Und dadurch kann man halt auch bei jedem Einkaufen gehen im Prinzip Punkte sammeln, die man in Meils in Moormeilen einlösen kann. Ja, das heißt, wenn du jetzt dann in entsprechenden Geschäften, zum Beispiel DM, der Drogeriemarkt, einkaufen gehst, dann sammelst du halt für jeden Euro eine Meile. Und der Witz ist, es gibt jetzt halt auch Gutscheine, wo du halt diese Einkäufe, also den Erlös der Punkte multiplizieren kannst. Zum Beispiel gibt es auch manchmal 30-fach Gutscheine auf Zahnpasta oder so. Ja gut, dann kaufe ich mal fünf oder sechs Tuben Zahnpasta. Und dann habe ich direkt ja halt auch das wieder multipliziert und vervielfacht. Ja, und so läppert sich das dann halt alles zusammen. Das ist halt viel Kleinvieh, der halt Mist macht und das ist halt so wie eine Gelddruckmaschine, die man halt nebenbei laufen lässt. Ja. Ganz kurz, ich glaube, wir haben Zuwachs bekommen. Wenn er nicht nur zuhört, mit dazugekommen ist der Stefan. Der Stefan, hallo Stefan. Schönen guten Abend. Ich höre nicht nur zu, ich bin auch dabei eben so ein bisschen. Dabei? Wie meinst du jetzt? Na, ich bin nicht nur passiv. Wenn es was zu sagen gibt, sage ich was. Achso, sammelst du auch Punkte oder irgendwo? Ich habe tatsächlich eine Deutschland-Card, aber auch nur, weil wir hier bei uns beim Edeka andauernd einkaufen und da nimmst du was mit. Ich habe auch ein Gärtnerbuch, habe ich mir mal davon umsonst gegönnt. Ja. Ach, und jetzt gibt es noch einen weiteren Clou, wie man auch Meilen sammeln kann, und zwar mit Kreditkarten. Und der Witz ist, du kannst ja mittlerweile bei jedem Aldi und Lidl mit Kreditkarten zahlen. So, und dann sammelst du halt ständig für jeden Umsatz, den du tätigst, Meilen. Ja, überall. Und wie gesagt, ja, es ist halt wirklich da nicht schwer, so ein fettes Meilen-Konto da anzusammeln. Und das kann man dann halt auch für größere Reisen nutzen und dann halt irgendwo mal ausgeben. Ja, wobei es gibt natürlich einen kleinen Haken, bei außereuropäischen Flügen muss man die Steuer bezahlen. Und die ist halt unter Umständen gerade jetzt bei Lufthansa extrem hoch. Da empfiehlt es sich zum Beispiel, asiatische Fluggesellschaften dann zu nehmen, weil da gibt es teilweise keine Steuern oder nur eine ganz geringe Steuer. Und ja, das sind halt auch solche kleine Dinge, die man beachten kann, also zum Optimieren. Ja, das ist halt, ja, das ist halt bei mir wie mit einem Game Pass. Ja, ich versuche halt auch alles irgendwie ein bisschen abzusahnen. Und so mache ich das dann halt auch mit, ja, mit Meilen und Flügen. Sehr spannend. Stefan, hast du jetzt schon irgendwo was jetzt fest eingeplant? Wolltest du am Freitag und Samstag kommen, gell? Nee, noch nicht. Ich wollte dich tatsächlich jetzt dieses Wochenende mal direkt einsprechen, dass wir vielleicht wirklich ins selbe Hotel uns einbuchen. Wäre, glaube ich, ganz witzig. Ja, du wirst lachen. Gestern Abend, gestern Nacht, wollte ich was buchen. Und ich war mir heute Morgen auch nicht sicher, ob ich gebucht habe. Ich wusste es nicht mehr. Ich habe irgendwie so richtig so ein Blackout bekommen. Und ich wollte nämlich mich in dem NH-Hotel einbuchen. Habe mir aber gedacht, weil ich habe mir mal meine Mails angeschaut. Es gab nämlich einen Black-Friday-Deal bei NH letztes Jahr. So, man weiß aber halt nicht, wie es sich entwickelt, weil es kann ja plötzlich sein, dass das Hotel so voll ist, dass die keinen Black-Friday-Deal machen. Und da habe ich mir jetzt mal überlegt, ich buche einfach mal vielleicht. Ich wollte heute Abend sogar das machen. Und ich buche ein Zimmer, was aber stornierungsfähig ist. Und im Worst Case storniere ich das halt und buche ein anderes Zimmer. Oder wenn halt irgendwie ein super geiles Angebot kommt. Aber natürlich, wenn sich jetzt halt wirklich die ganzen Retro-Kompottis dann im NH-Hotel da einquartieren, dann ist es ja halt auch cool. Da können wir zusammen frühstücken vielleicht. Also, das bietet sich ja dann halt an, irgendwie. Ja, genau. Genau so. Und das NH-Hotel ist übrigens gut. Das ist, kann man also durchaus empfehlen. Ja, das ist, ja, das hat eine Badewanne, Morgenmäntel. Alles, was man halt braucht. Dann ist alles safe. Nö, also vom Standard her ist das wirklich ganz ordentlich. Das muss man sagen. Ich muss sagen, die Gegend finde ich jetzt nicht ganz so pralle. Es ist zwar an dieser Rennbahn, aber irgendwie drumherum gibt es nicht viel. Es gibt einen Lidl, wo man halt auch mal einkaufen gehen kann. Weil, ja, gut, in den Zimmern, ich glaube, es gibt eine Minibar, aber das ist halt überteuert. Also, das sehe ich halt auch im Prinzip nicht ein. Also, da bin ich wiederum zu geizig. Was ich diesmal machen werde, und zwar, es gibt ein Zimmer mit Ausblick. Ja, das kostet, glaube ich, 10 Euro Aufpreis oder 5 Euro. Es ist jetzt nicht viel. Aber da gibt es eine Kaffeemaschine und einen Wasserkocher. Also, eine Kaffeemaschine wäre schon mal nett, ne? Ja, und da habe ich mir halt auch gedacht, beim letzten Mal, als ich da war, habe ich mich geärgert. Ja, weil so, da habe ich ja dann auch so mit dem Stammtisch teilgenommen und so zwei, drei Tassen Kaffee, das hätte ich da vermisst. Also, diesen Aufpreis gönne ich mir mal, ja. Ansonsten lade ich euch gerne auf mein Zimmer ein. Da kann man mal zusammen einen Kaffee schnürfen. Dann wird es richtig so gut. Also, du meinst, diese Horner Rennbahn, ist das das? Genau. Okay, Rennbahnstraße. So, den günstigsten Preis, da bin ich ja auch am rumschauen, gibt es scheinbar doch über die NH Hotel Homepage. Man sollte sich bei einem Kundenprogramm anmelden, weil da gibt es nochmal 5% extra. Und dann kommt man auf den günstigsten Preis. Also, ich betreibe das alles sehr wissenschaftlich. Ich habe auch schon versucht, über alle möglichen Dinge da einen weiteren Rabatt rauszuhandeln, aber es geht nicht. Es klappt nicht. Ja, ansonsten halt mal buchen. Ich wollte dabei erst den Flug buchen, weil der Flug ist ja halt, ja, eigentlich ist es egal. Ich weiß auch gar nicht, warum ich gestern nicht gebucht habe. Ich muss mal gucken, in meinen Mails gleich habe ich doch gebucht. Ach Gott, Ingo. Müsstest du doch wissen, ey. Nee, ich bin momentan auch so im Stress, habe so viel um die Ohren. Also, das ist halt, ja. Ich versuche es hier gerade mal so parallel hier aufzurufen und scheitere an meine eigene Doofheit erst mal. Ja, und du kommst aber beim Zug wahrscheinlich, das bietet sich ja an. Ja, ich hätte beim Zug kommen und dann mal gucken, der Robin sagt ja untereinander, vielleicht holt er mich ab dann vom Bahnhof oder wie auch immer irgendwie so. Das kann ich meiner Partnerin ja nicht antun, das Auto auf drei Tage zu verzichten. Wir haben halt eins und einen E-Roller und der E-Roller ist jetzt aber im Winter, im Dezember jetzt auch nicht zwangsläufig die beste Lösung. Nee, das stimmt schon, ja. Ja, ansonsten kann man ja halt dann auch, also vom NH-Hotel kann man zu Fuß gehen. Das ist natürlich abends nicht so schön. Da kann man sich dann Moya holen. Aber wenn man dann eh irgendwie zusammenfährt, dann teilt man sich das oder sowas. Und dann kostet das fast nichts. Ja, ja, genau. Dann ist das halt, ja, dann machen wir so einen Partybus. Ich erinnere mich ja, als ich da mit Danny gefahren bin. Weil man musste dann irgendwie dann angeben, wie viele Leute mitfahren. Da habe ich gesagt, ja, hallo, ich mit Anhang. Ich war auch schon müde. Und ihr kennt mich ja, ich rede auch ziemlich Blödsinn. Also nicht nur, wenn ich jetzt wach bin, aber wenn ich müde bin, wird es noch schlimmer bei mir. Was sind die NH-Reward-Rates? Und wieso ist eigentlich alles auf Englisch? Bitte nochmal gerade? Was die NH-Reward-Rates sind? Das sind, ja, das Hotelprogramm von denen. Und was bringen wir das dann? Oder andersrum, was kostet es mich? Äh, nichts. Das ist einfach nur, ähm... Also noch was, das Internet bei dem Motel ist echt schadelahm. Also, ähm, gut. Es ist umsonst. Man kann sich da ein Upgrade buchen. Ich glaube, ich habe mir damals beim Stammtisch ein Upgrade geholt. Das hat 10 Euro gekostet, glaube ich. Ähm, aber ich habe jetzt eh bei meinem Handy, ähm, eine Flatrate. Und dann werde ich dann wahrscheinlich mein, äh... Achso, ich hole mein Notebook gar nicht mit. Stimmt. Ich werde am Freitag am Stammtisch gar nicht dabei sein. Ach! Überraschung. Ja. Ja, gut, dann brauche ich mein Notebook auch. Da brauche ich eigentlich auch kein Internet. Wobei, du kannst ja danach zukommen, weißt du doch. Äh, bis ab Freitag ist, glaube ich, bis 22 Uhr nur angesetzt. Ja, mal schauen, aber ich werde da mein Notebook oder so nicht mitschleppen. Das ist mir dann halt auch zu doof. Ich muss auch zugeben, das ist jetzt etwas, wo ich tierisch Angst habe. Ja, ich habe dann ja wahrscheinlich mal ein neues Notebook. Und das will ich nicht ins Hotel, äh, also nicht in ein Safe oder sowas legen. Das ist mir da zu schade, zu gefährlich. Okay. Da hätte ich dann irgendwie auch Schiss oder so auf der Reise, dass das halt geklaut wird oder sowas. Also, oder ich hole mein altes Notebook da mit. Aber das ist halt halt, ich glaube, so ein neues Notebook, das kann ich irgendwie zwei Jahre halt, da kann ich kein Risiko eingehen. Das ist doof. Ich weiß es, aber das ist dann halt dann doch schon ein bisschen so wie ein Schatz. Also, du rennst hier halt auch dann nicht mit einem, keine Ahnung, Diamantring rum. Mach ich regelmäßig, aber klar. Wow, aber das Zimmer ohne Frühstück ist mal entspannt, gleich 20 Euro die Nacht teurer. Also, Frühstück ist nicht geschenkt, gell? Dummerweise gibt es da aber auch nichts Ordentliches. Also, irgendwie so ein Café oder sowas nebendran, wo man frühstücken kann. Aber das Frühstück war gut. Ja, aber, ja, muss man halt dann entscheiden, ob das einem wert ist. Also, ja, ich sehe es mal so, ich hätte da jetzt auch keinen Bock da irgendwo groß auf die Suche nach was zu gehen. Ähm, ich muss dann, ja, also, man kann ja auch wahrscheinlich im Lidl sich was kaufen, das geht auch. Nein, ehrlich gesagt, ich finde die Gedanken ganz angenehm eigentlich, morgens einfach aufzustehen und dann erstmal zum Frühstück ganz entspannt. Das gehört für mich zum stressfreien Tag dazu. Genau, und wenn man dann halt dann noch nette Leute dabei hat, dann ist es umso lustiger. Ja, ja, genau. Ich komme mir dann vielleicht schon so vor wie in einem Film Hangover. Okay. Schauen wir mal. Lass uns überraschen. Genau. Ja, es ist schon halt irgendwie ein komisches Gefühl, mal so alleine Urlaub zu machen. Nicht mit der Familie und so. Also, es geht halt bei mir einfach nicht, weil die Kinder, die haben Schule und, ähm, ja, und das geht halt nicht. Ja, das ist halt schade, weil die werden auch gerne mitgekommen alle, aber, ja. Also, ich glaube, ich habe hier was ganz okayes gefunden. Die haben nämlich den Promo-Special-Deal gerade, wo es noch ein bisschen günstiger geht, scheinbar. Ich bin schon so müde. Ich finde überhaupt gar nicht mehr, wo man was sucht. Das ist halt... Ich bin hier auf der Hotelseite. Ich bin gerade hier am Hotelseite in Katar, aber ich weiß nicht, was ich in Katar will. Ich würde eigentlich nach Deutschland, nach Hamburg. Das würde ein Teureit-Event, wenn wir jetzt in Katar stattfinden lassen würden, ja. Was mache ich in Katar? Ich habe mal den Link hier in den Chat reingesetzt. Vielleicht kommst du dann darauf. Ja, warte mal, wo bin ich denn? Verfügbarkeit prüfen, ja. Ist denn eigentlich das digitale Impfzertifikat in Deutschland überall ausreichend? Also gilt das als Nachweis, dass man geimpft ist? Oder müsste man eigentlich aus dem Impfdruck sein? Ich weiß nichts anderes. Aber es geht schon darum, dass es digital ist. Weil ich denke mir darum, was passiert, wenn das Handy kaputt geht. Naja, gut. Also, ich würde jetzt nicht immer vom Worst Case ausgehen, ne? Ja. Ach, oder man holt sich noch zur Sicherheit eine Kopie von diesem Zettel mit dem QR-Code mit. Dass man das dann notfalls... Ich glaube, den kann man auch vorzeigen, oder nicht? Doch, ja. Das müsste eigentlich auch ein Nachweis sein. Die Bestätigung mit dem QR-Code. Geht davon aus, ja. Weil den... Da ist ja, glaube ich, sogar der gleiche QR-Code drauf wie auf dem Ding, oder nicht? Und da könnte man jetzt auch zur Not wahrscheinlich überprüfen, ob das halt legit ist. So, ich glaube, ich werde das dann jetzt gleich für fix buchen. Dann ist das schon mal erledigt. Oh Mann, jetzt stacheln wir uns jetzt hier gegenseitig an und jetzt gibt es ja gleich so ein Buchungs... Nee, 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 ich wollte mich eben nicht anstacheln, sondern tatsächlich geht mir die ganze Zeit schon durch den Kopf, dass ich das jetzt schon gerne einfach hinter mich gewartet habe, weil ich glaube, billiger wird es eher nicht so direkt vor Weihnachten. Ich weiß ja nicht, vielleicht kann Christian da was zu sagen als Eingeborener in Hamburg, aber grundsätzlich wird es nicht billiger. Gut, er möchte nichts dazu sagen, ist aber auch ein No-No. Aber die Übersichtsseite ist ja irgendwie doof, weil ich raffe jetzt nicht, welches Zimmer ich jetzt hier habe. Äh, doch hier. Also ich habe jetzt Standardzimmer mit Aussicht und dann im Hotel bezahlen. Und Special Deal. Bei mir steht gar nichts mit Aussicht und so, aber... Warte mal, wo ist Frühstück? Inklusive Frühstück. Ich habe hier alles auf Englisch, warum auch immer, aber es ist okay, kriege ich hin. Nee, ich habe es auf Deutsch. Oh, ich kann mit NH Reward Points bezahlen. Dummerweise habe ich beim letzten Mal über Expedia gebucht und dann kriegt man halt hier bei dem Programm keine Reward Points. Ach, das Leben ist so ungerecht. So, wow, vier Übernachtungen. Vier, machst du? Ja. Naja, ich werde am Freitag dann ankommen. Wann rufe ich mir noch raus natürlich und dann am Sonntag irgendwann gerne Heimat. Ja, ich muss auch noch reichlich shoppen gehen hier irgendwie. Also Weihnachtseinkäufe. Ja, okay. So, warte mal, jetzt Buchung bestätigen. Ähm, äh, ich hoffe ich... Warte mal, wo sind denn die Daten? Äh, vom 16. bis zum 20. Ja, das passt doch. Warte mal, ich brauche mal gerade den Kalender. 17.12. bis 19. ja. Ja, dann bist du einen Tag weniger. Weil gut, ich habe halt auch ein bisschen eine weitere Anreise und, äh, ähm, ja, mal schauen. Der Flug fehlt noch dazu. Aber deswegen habe ich ja auch alles mit, äh, Stauno. So, wird gebucht, wird gebucht. Ihre Reservierung war erfolgreich. Ich muss noch die Kreditkartendaten jetzt erstmal hinterlegen. Das ist mir jetzt auch noch geworden. So, was habe ich denn jetzt alles? Äh, mit NH-Rewards-Rabatt. So, warte mal, kann ich stornieren? Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich wieder stornieren kann. Oh, da ist ein Countdown. 41 verbleibende Tage. Wow, noch 41 Tage bis zum Event. Nein, 42 Tage, weil, ähm, stimmt, ich komme Donnerstag. Wahrscheinlich schrecken jetzt hier alle Leute ab. Bekommt doch keiner mehr. Naja, meine Sorge ist ja eigentlich nur die, die wahrscheinlich alle haben, die dann, ähm, wer weiß, was mit Corona passiert. Deswegen ist Stornierung schon ziemlich wichtig, die Möglichkeit. Ja, das stimmt. Beim Flug geht das nicht ganz so einfach mit Stornierung, aber den kann man verschieben. Also, irgendwann wieder mal nach Hamburg fliegen, das werde ich mit Sicherheit ändern. Nee, ich kann nicht stornieren. Warte mal, ich mach mal ändern. Nee, Moment, stopp, stopp, stopp. Doch, ich kann stornieren. Wenn Sie, ja. So, ich muss mal gucken hier, was ich jetzt bestellt habe. Also, ich muss sagen, das ist ein bisschen unübersichtlich irgendwie. Weil eigentlich möchte man ja wissen, was man gekauft hat. Und das war jetzt irgendwie nicht ganz ersichtlich bei mir. Genau, bitte bezahlen Sie im Hotel. Das heißt, ich kann, genau, diese Rate kann bis zwei Tage vor Anreise kostenfrei studiert werden. Perfekt. Ja, das heißt, wenn jetzt so, Ja, so hatte ich es auch gelesen im Vorfeld. Wenn jetzt doch irgendwie ein Black Friday Schnäppchen kommt, dann studiere ich das oder ändere das ab. Oder rufe die an und sage, ich möchte das geändert haben. Oder ich buche dann nochmal und studiere dann danach das. Ja. So, super. Jetzt, Flug. So können wir noch jemanden motivieren, ein Hotel zu buchen. Also komm, zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Traut euch, traut euch. Aber ist ja gar keiner da, glaube ich. So, Miri, hast du schon ein Hotel gebucht? Und junge Wolle? Oder kommst du auch? Dann buche ich mir ein Haar-Hotel. Hier, für jede Buchung kriege ich 10% Provision. Ist ja eigentlich schon fast eine Werbeveranstaltung. Übrigens, Patrick hat erzählt, der letzte Top-3-Talk mit den Gut-Laune-Spielen, der wurde gesperrt bei YouTube. Also, das heißt, der darf nicht monetarisiert werden. Scheinbar wegen dem Content. Ja, wobei, wir haben ja nichts gemacht. Genau, und der letzte Treasure-Hand wurde auch gesperrt, weil ich irgendwie 20 Mal das Wort Drogen erwähnt habe. Was halt Blödsinn ist. Unser Drug-Lord, ja. Ja, also die Stimmerkennung hat sich dauernd immer verhört. So, das Ding ist fertig gebucht. Schon mal gut. Ja, ich auch. Jetzt können wir gleich die Buchungsnummer austauschen. So. Ja, also, das ist mit Sicherheit lustig da. Warte mal, habe ich jetzt Frühstück gebucht? Moment. Wo steht denn da das Zimmer? Da steht ein Zimmer und ein Erwachsener. Das ist, ach ja. Inklusive Frühstück. Da steht eigentlich drauf, genau. Ja, genau, steht drauf. Ja. Ach, ich freue mich echt wie ein kleines Hühnchen. Ja, ich habe da auch wirklich Bock drauf. Freut mich auch drauf tatsächlich. Bin ich jetzt hier bei der richtigen Reisevermittlung zu den Veranstaltungen? Beim Reisekompott. Beim Reisekompott. Ja, hallo, Jungsi. Kommst du auch zu dem Event? Ich bin jetzt gerade frisch dazugekommen. Ich habe erst mitbekommen, dass es überhaupt seinen gibt. Genau. Wir verkaufen hier Zimmer für die NH-Hotel-Gruppe. Gesponsert von NH-Hotel. Das sind die Besten. Hahaha. Nee, Affiliate Links. Wie, wann, wo? Ähm, vom 17. bis zum 19. Dezember. Äh, warte mal, habe ich Dezember gebucht? Oder November? Ich muss mal gerade gucken. Und in Hamburg in der Location, darum geht es um die Weihnachtsfeier, die da geplant ist. Ja, ich habe im Dezember gebucht. Gut, auch dieses Jahr noch. Schwierig. Das ist natürlich auch immer so bei Buchung, dass man immer Angst hat, ja irgendwo einen Fehler zu machen. So einen kleinen formalen Fehler. Logisch. Ähm, ich glaube, ich werde heute nicht den Flug buchen, hier im Podcast, weil, äh, wenn ich jetzt hier rede und buche, dann passiert irgendwie Unglück. Ja, auch wenn du nicht multitaskingfähig bist, dann kann das passieren. Gerade bei den Fluggesellschaften ist das ganz, ganz böse, ja. Wenn du einen Fehler machst, ja, dann stellen die sich an wie der letzte Mensch, so, ja, wir haben Pech gehabt, müssen ein Ticket neu machen. Ist ja nicht unsere Schuld, dass sie es falsch eingetragen haben, gell. Es ist also, ach, unmöglich. Ja, schwierig. Von mir aus ist auch die Reise relativ weit, ne, aus tiefsten Niederbayern. Ja, also ich, äh, ich bin ja zwar dann so auf halber Strecke, aber auch mit Zug habe ich auch meine sechs Stunden. Und das ist halt, ähm, ja, also, äh, vor allem halt, das habe ich ja schon erzählt, äh, mein nächster Bahnhof ist jetzt eine Stunde entfernt, weil der, äh, der davor, der ist halt, äh, zerstört worden, äh, durch die Flugkatastrophe. Und, äh, ja, und, ähm, ähm, äh, da fehlt noch eine Brücke, die muss wieder aufgebaut werden. Ja, und da habe ich einen ziemlich weiten Weg zum Bahnhof zu fahren. Und das, ja, ich bin halt auch nicht so der Bahnfahrer. Und Bahn ist auch nicht ganz billig, so. Das stimmt, ja, das habe ich auch schon festgestellt. Ich meine, ich hätte jetzt kein Problem, ich habe hier einen Bahnhof und ich bin gleich in München und dann mit dem Intercity oder was auch immer da gibt. Ne, also ich muss erst mal mit dem, äh, Tingle-Zug dann irgendwo zwei Stationen fahren, bis ich in Köln bin und dann von Köln geht es dann halt schnell. Aber das ist halt auch irgendwo stressig. Wie ist das? Nehmt ihr da irgendwelche Hardware mit? Aber ich denke mal, die haben Hardware genug, oder? Also ich nehme mein Handy mit, äh, äh, vielleicht mein iPad und das war's dann. Okay. Ja, ich glaube, sowas in der Form. Jetzt nichts Besonderes, also, wozu auch? Ja, klar, ist ja alles da. Und das geht los an einem Samstag und wie viel Uhr? Am Freitag geht's los. Ach, am Freitag. Am Freitag, das hat, das wurde per Mail rumgeschickt. Es steht alles auch auf allen Homepages, nur als Info nochmal. Auf allen Homepages, genau, auf spiegel.de, auf heil.de. Nein, auf allen, wo ich Admin-Rechte habe und wir haben es auch rumgeschickt. Und bei Facebook und bei, in der WhatsApp-Gruppe und auf Retro-Spiele-Club und auf Retro-Pod. Okay, dann habe ich noch nicht alles gießen. Ja, der einzige Unterschied ist nur, Freitag ist 3G, Samstag, Sonntag 2G und Samstag ist den ganzen Tag offen im Prinzip bis Open End und, äh, Sonntag ist in Anführungszeichen das Podcaster-Treffen. Das ist einfach, Samstag ist sozusagen die Weihnachtsfeier, Sonntag das Podcaster-Treffen, Freitag das 3G-Vorevent oder wie auch man es nennen will. Genau, und, äh, denkt da dran, die, das, äh, die Weihnachtsfeier wird gesponsert vom NH-Hotel. Neuerdings, echt? Komisch, dass ich davon nichts weiß. Ich habe gerade hier eine Werbesendung gemacht. Die haben sich noch gar nicht bei uns, äh, gemeldet. Ne, wir haben eine Dauerwerbesendung hier mit NH-Hotel. Musst ihr eben anhören, das ist lustig. Äh, wir haben gebucht übrigens, wir haben uns angestachelt, der, ähm, der Stefan und ich, äh, wir haben uns, äh, gegenseitig dann jetzt, äh, angestachelt und fast gleichzeitig gebucht. Das ist super, das ist sehr gut, ja. Na, ich, ich freue mich auch jetzt schon drauf, das wird lustig. Vor allem, wenn da so ein paar Kompottis wieder zusammensitzen, habe ich das Gefühl, dass Samstag zumindest eine lange Nacht werden könnte. Ja, ich befreit das auch, ja. Das wird sich nicht verhindern lassen. Aber, 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 aber wir haben ja am Wochenende auch wieder Mojas da, äh, die fahren ja recht günstig überall hin und deswegen brauchen wir ja auch kein Taxi oder Bus und Bahn fahren. Das ist ja immer in Hamburg sehr angenehm in den Dingern. Ja, wenn wir halt, äh, einige Leute im NH-Hotel haben, dann packen wir halt eins zusammen und dann, äh. Das wird dadurch, das wird dadurch gar nicht so viel günstiger, aber es geht natürlich trotzdem. Viel günstiger. Ne, kaum. Ein, zwei Euro. Ich hatte das damals ja auch mit dem Anhang. Ja, ja, aber die haben ja jetzt die, äh, klar wird es etwas günstiger, aber jetzt zahlst du bei einer Person sieben Euro, bei zwei Personen zwölf. So ist das dann. Nicht wie im Taxi. Oder man holt sich hier ein Uber oder irgendwas. Ne, das ist alles. Also ich, ich fahre seit... Oder ein klassisches Taxi, das lohnt sich ja dann auch, weil das ist ja... Wie weit ist das denn eigentlich? Jetzt zieht das in der Haut, das ist zwei Kilometer. Ja, ich würde da, ich würde da Moja nehmen. Dann zahlst du vier Euro oder irgendwas und dann hast du deine Ruhe. Also das, hast WLAN, Steckdose, die fünf Minuten noch, ist doch cool. Ich komme auch gerade... Du kannst auch zu Fuß gehen, aber ich weiß nicht, also da habe ich nachts dann irgendwie doch zu sehr Respekt in der Gegend. Wie gesagt, ich fahre seit Monaten, wenn ich jetzt das Auto nicht griffbereit habe mit den Dingern und das ist wirklich preis-leistungstechnisch nicht zu toppen. Das ist echt, echt gut. Und das gibt es ja noch in Hamburg. Das Tolle ist ja, ab Donnerstags fahren die ja rund um die Uhr immer. Von Donnerstag bis Sonntag fahren die immer rund um die Uhr. Das ist ja ganz praktisch. Ich bin gespannt, wie viele da auftauchen. Und wer es jetzt noch hört, wie gesagt, ihr könnt euch noch anmelden. Samstag, Sonntag sind fast beliebig Plätze frei und da freuen wir uns riesig, wenn es nochmal richtig voll wird, weil letztes Jahr haben wir es doch sehr vermisst. Das muss man ganz klar sagen. Ja, das stimmt. Also das war schon irgendwo ein bisschen traurig. Ja, wobei es online auch schön war, was wir gemacht haben. Wir werden auch mit Sicherheit dann eher am Sonntag auch nochmal streamen zwischendurch und auch ein paar Sachen aufnehmen, denke ich mal. Da machen wir so ein bisschen mehr Podcast-Geschichten und Samstag ein bisschen mehr Party, wollte ich gerade sagen. Ein bisschen mehr Daddl. Mal gucken. Genau, es kommt ja noch. Ich habe es ja jetzt gestern recht spontan erstmal doch alles veröffentlicht, weil halt zu viel Nachfragenkram und wir wissen halt ja tatsächlich auch nicht, was wirklich im Dezember für Regelungen in Hamburg sind. Aber das Schlimmste, was noch passieren kann, ich hoffe es nicht, aber das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie 3G verschärfen. Aber alles andere wird wahrscheinlich nicht schlimmer werden, denke ich mal. Ja, eine Frage. Am Donnerstag, wann geht es denn da los mit der Veranstaltung? Da geht die Veranstaltung 18 Uhr los, wir sind aber natürlich schon vorher da. Das schaffe ich nicht. Also ich habe jetzt gerade mal meinen Flug angeschaut. Ich bin jetzt doch von Köln aus. Ich wollte hier ursprünglich über Luxemburg, also München, Hamburg fliegen. Aber ich glaube, ich mache es jetzt dann doch lieber direkt von Köln nach Hamburg. Und ich habe jetzt hier einen Flug 15.40 Uhr bis 16.45 Uhr. Das heißt, dann würde ich da landen. Also das heißt, da werde ich... Wie lange macht ihr denn am Donnerstag? Am Donnerstag mindestens 22 Uhr, meistens länger. Ja, also gut, das heißt... Das klappt ja auf jeden Fall. Komm einfach rum oder das ist gut. Ja, ich weiß nicht, wann bin ich denn aus dem Flughafen raus. Ich bin dann wahrscheinlich um 18 Uhr im Hotel. Ja, das Hotel ist Wickelmedia entfernt. Sag das doch eben selber. Also wo ist das Problem? Du kommst einfach rum. Ja, das heißt, dann bin ich um 19 Uhr, halb acht, da bin ich dann da. Ja, nur rechtzeitig... Auch da nochmal, dann bitte für anmelden, weil dann können wir schon mal fast sicher gehen, dass wir aufmachen. Ich habe mich doch angemeldet. Für Donnerstag meine ich jetzt. Habe ich doch. Du hast gesagt, du bist von Donnerstag bis Sonntag in Hamburg. Nee, ich habe mich angemeldet für Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Aber Donnerstag ist doch keine Weihnachtsfeier, da ist doch das Open House irgendwo. Ist mir egal, was da ist. Ja, ist ja gut. Ich schreibe dich auch schon mal für Donnerstag. Aber der wird schon auf sein, keine Angst. Ja, aber wie gesagt, da komme ich dann halt später. Ja, das macht ja nichts. Scheißegal. Ich finde es jetzt angenehm, 16.45 Uhr, also Ankunft in Hamburg. Das ist super, ja. Ja, genau. Also dann, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich dann zum Hotel brauche. Auch vom Flughafen kannst du dir ein Moja nehmen. Ja, ja, ich weiß. Das habe ich beim letzten Mal nicht gemacht, nur auf der anderen Richtung. Der Witz ist tatsächlich, Flughafen ist eine der grenzendsten fast schon. Und wo wir sind in Horn, ein paar Meter weiter geht es auch nicht mehr. Aber genau dahin und zum Hotel geht es. Ja. Ist doch genau im Fahrgebiet. So, das ist ja dann der, wievielte? Der 16.12., ne? Ja. Da schreibe ich dich da schon mal rein. So, warte mal. Umbuchungsstornierung bei Reisewarnung möglich. Ach, das ist ja scheiße. Nur bei Reisewarnung. Ah, ne, Moment. Umbuchung möglich. Buchen Sie bis 40 Minuten vor Abflug um. Also wir bleiben in Hamburg, also keine Angst. Liebig oft. Ne, ich meine halt nur im Worst Case. Ja, klar. Dann kann ich das halt auch dann, also ich denke mal trotzdem, dass ich ja irgendwann auch mal wieder so oder so mal in Hamburg komme. Natürlich. Und dann kann man halt das, also Umbuchen ist halt gerade jetzt immer ganz praktisch. Ja, ne, Umbuchung möglich. Also das ist ja, das, äh. Also, äh, ihr redet mal bitte was, ich muss mich ja konzentrieren. Hamburg Hauptbahnhof ist der günstigste Bahnhof, ne, mit der Bahn dann. Och, das ist gar nicht so teuer im Verhältnis und total entspannt. Die fahren ja bis fast zu den Türen. Ne, mit günstig meinte ich, äh, so jetzt zu euch hin. Zu uns, äh, das ist, was ist da die nächste U-Bahn, äh, wie meinst du das jetzt von, meinst du das mit der Bahn? Einfach von der Entfernung, ja genau, wenn ich mit der Deutschen Bahn, wenn ich aus Berlin komme quasi. Das ist immer Hauptbahnhof am besten, ja klar. Weil die anderen, da fährt ja jetzt, ich kann ja nicht mehr Dienstag hin. Da hält ja nur Hauptbahnhof oder Dampthor manchmal noch früher. Oder Harburg oder Alton. Ne, Hauptbahnhof ist immer am dichtesten da in dem Moment, klar. Ja, und das Praktische ist derzeit auch in den Fluggesellschaften, dass die halt relativ viele Dinge anbieten, die normalerweise früher auch nur mit Aufpreis, äh, möglich waren. Also gerade mit der Umbuchung, ähm, ja, deswegen werde ich wahrscheinlich auch dann morgen auch schon direkt meinen Sommerurlaub für nächstes Jahr buchen. Auf gut Glück. Wenn man die Schornierungsmöglichkeiten hat, geht's ja. Genau, weil das ist, äh, gut, da hat man jetzt keine Schornierungsmöglichkeit, aber nur weitere Umbuchungsmöglichkeit. Und, äh, ähm, also man kann das halt dann, äh, äh, umbuchen oder sowas. Und das finde ich halt dann praktisch, weil normalerweise hat man ja gar nichts, gell, weil, ähm, es gibt nur eine Möglichkeit, wie du von deinem Flug zurücktreten kannst, wenn du halt, äh, äh, nee, ah, stimmt, äh, ich meinte jetzt, wenn man krank ist, aber da brauchen wir ja auch eine Reise-Rücktrittsversicherung. Gut, das hab ich auch. Also wenn ich jetzt krank wäre, könnte ich das auch jetzt, äh, dann stornieren kostenlos. Aber trotzdem ist es halt normalerweise immer halt ein Akt, wenn du das nicht drin hast. Und so ein Ticket, wenn du jetzt halt, ähm, äh, nicht das billigste Ticket nimmst, sondern halt die höherpreisigen Tickets, das wird richtig, richtig teuer. Also du kannst auch, ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt einen internationalen Flug in der Ökonomie machst, ja, da kannst du anstatt 600 Euro, kannst du auch für den gleichen Flug 3000 Euro zahlen, wenn du halt ein Ticket hast mit allen möglichen Flexibilitäten. Ja, wer möchte. Äh, hatten, hatten wir den Hass schon begrüßt, der kam eben her zu? Hallo Marcel. Jetzt haben wir ihn begrüßt. Na, Ben. Also, okay, moin. Hi. Nein, ich denke schon, das wird lustig, aber, äh, mal gucken, was dann wirklich nachher alles, äh, passiert. Ich bin sehr gespannt drauf. Und wir werden auch, wie gesagt, definitiv dann noch ein paar Aktionen machen an den drei Tagen. Mal gucken. Aktualisieren tun wir jetzt dann auch nochmal auf der Homepage, weil wir genau wissen, was wir wann machen. Mal gucken. Ah, cool. Das Flugzeug ist total leer. Also, äh, ich bin schon mal der Einzige da drin. Das ist gut. Das ist der Vorteil, wenn du dir einen Chauffeur-Service, äh, wenn du also, äh, Private Jet bestellst. Ja. Es soll auch gar nicht so teuer sein, so ein Privatjet, äh, also so ein Charter-Flugzeug. Das geht. Also, wenn man das jetzt irgendwie dann, äh, mit ein paar Kumpels mal zusammen macht oder sowas zusammenlegt, das ist also, da kann man, glaube ich, schon relativ, ja. Also, gut. Natürlich, ein Ryanair-Flug ist es nicht. Aber die gibt's ja auch im Homepage nicht mehr in der Form, also in die Preise. Ah, das ist Ryanair sowieso für Arschhochzehen. Ja, weil ich hatte für meinen Schwager, also aus Chile habe ich einen Flug gebucht, äh, von, ähm, Barcelona nach, ähm, nach, nach Luxemburg, also um ihn abzuholen. Und da hatten wir dann, ähm, äh, also und dann Rückflug von, ähm, äh, von Luxemburg nach Madrid. Und, äh, da haben wir auch erst mal geschaut, wie man da am günstigsten hinkommt. Und für zwei Personen hat das auch, äh, Ökonomie, äh, 550 Euro gekostet. Das war richtig teuer, weil die Ryanair-Flüge, die hatten kein Gepäck drin. Und dann brauchte man noch einen Aufpreis. Und auch Handgepäck ist ja mittlerweile auch nicht mehr selbstverständlich, dass was du tanzt. Alles im Kleingedruckten, das machen die gerne. Und du hast ja auch vor Ort noch teilweise Einschränkungen. Musst da stundenlang warten. Teilweise wirst du noch mit dem Bus irgendwie über den halben Flughafen gekarrt, weil die wieder in der letzten Ecke halten. Ich bin mit einem, vor ein paar Jahren mit Ryanair nach London geflogen. Das war einer der schlimmsten Flüge, die ich gemacht habe. Also, äh, ein Drumherum-Chaos und trotzdem am Ende nicht so billig. Also nicht schön. Aber auch da kann man Glück und Pech haben, mit Sicherheit. So, ich klicke mich mal gerade drei Minuten aus, weil ich muss jetzt mich jetzt wirklich konzentrieren. Konzentrier dich. Nicht, dass du dich vertust. Manfred, äh, ist auch zu uns gestoßen. Ich glaube, dich haben wir auch noch berüst. Moin, moin. Ja, ich bin gerade reingekommen, genau. Hallo. Hey, Manfred. Du markierst dich, wir sind aber gleich rot. Das ist sehr gut, da sieht man dich. Na, ich dachte, man startet noch eine Aufnahme. Das kann nicht schaden. Ist auch gut so, weil bisher sind nur Ingo und ich in der Aufnahme. Und, äh, ich muss in den beiden wie immer leider noch arbeiten, ein paar Stunden. Und ich weiß nicht, ob die Aufnahme durchhält. Mal gucken. Ich hatte vorhin schon im Vorgespräch, ich musste so lachen, äh, bei unseren Videostreams, äh, sowohl bei dem Talk3-Talk Gute Laune von Ingo aus dem Reto-Lagerfeuer, als auch beim letzten Videostammtisch, äh, gestern hat YouTube die Werbefunktion abgeschaltet wegen des Inhalts. Ich weiß auch nicht, warum. Ich versuch's rauszufinden, du kriegst es aber nicht raus, weil da war ja nix. Das fand ich aber gut. Habe ich auch noch nicht gesehen. Wirklich merkwürdig. Definitiv, ja. Aber da hat wahrscheinlich die KI, äh, irgendwelche Sachen falsch erkannt, würde ich mal behaupten. Das hatte ich auch schon mal bei, bei einem Video von Ingo vom, vom Treasure Hunt, äh, hatte ich mir mal die Untertitel einblenden lassen von YouTube und da kamen alle paar Minuten das Wort Drogen, aber Ingo hat das Wort gar nicht gesagt. Er hat immer was Ähnliches. Er hat irgendwie erzählt, die verfolgen da die Leute und da steht unten drin, die Drogen der Leute. Ich so, bitte was? Das ist so geil. Also diese Erkennungssachen sind, glaube ich, noch nicht ganz optimiert bei diesem System. Und ich vermute, dass die bei, äh, textlastigen Sachen sich Text, äh, Text, äh, hier, Texterkennung rausziehen und dann versuchen, äh, daraus zu erkennen, ob es werbegeeignet ist. Sehr, sehr absurd. Und wenn man den Widerspruch einlegen will, geht ein weißes Fenster auf ohne Knopf. Fand ich auch sehr schön. Da kann man wahrscheinlich den Beschwerdegrund dann erraten. Ja, genau. Da steht vorhin, sie beschwertet einigen Jahre, legt ein Fenster auf und da stand nix drin. Aber ich hätte nur mal interessiert, äh, äh, was da der Grund ist, weil, äh, äh, beim Gute-Laune-Talk war ja nun wirklich überhaupt nichts, äh, äh, verfängliches drin. Da war ja null drin, dass man in Gute-Laune-Gespräch über Gute-Laune-Spiele. Vielleicht hält die gut nicht so in Gute-Laune. Gute-Laune ist nicht werbefähig, genau. Fand ich aber lustig. Ich dachte, die hätten so gute Algorithmen. Tja, scheinen wir doch nicht. Ja, haben sie ja auch. Das ist wahrscheinlich ein Promille, wo es, wo es merkwürdig ist, aber, äh, 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 da ist es auch wirklich merkwürdig. Das ist... Oder wenn sie irgendwelche Musiksachen anmahnen und an der Stelle spielt überhaupt keine Musik oder sowas. Also manchmal ist, 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 ist da halt auch ein bisschen durcheinander, aber da musst du halt im Einzelfall gucken und wenn es sich nervt, musst du halt Beschwerde einlegen. Aber ist ja auch jetzt nicht so relevant in dem Moment. Nur es hat mich halt irritiert, wenn da so ein kleines gelbes Ausrufezeichen steht, ist immer irgendwas komisches. Irgendwie versucht der, äh, äh, Jungwolle dazuzukommen und kommt immer, äh, jetzt ist er bei Zoom drin, eben war er oben im Flur. Bei dem müssen wir mal helfen, glaube ich. Kann mal jemand bei Zoom reingehen und ihn zurückholen? Er versucht irgendwie, uns Kontakt aufzunehmen, aber kommt immer, kommt nicht an. Im normalen Zoom-Kanal, oder? Der ist jetzt in unserem Zoom-Kanal. Sag mir doch mal bitte, wir sind tatsächlich bei Teamspeak. Er war auch eben schon da, er muss nur den Retro-Kompatt-Kanal suchen, so wie es in der Homepage erklärt ist. Kannst du aber gucken, ob du ihn findest. Ich kling mir schnell in Zoom ein. Ah, jetzt kommt er wieder. Nee, er ist bei Zoom jetzt immer noch. Aber er wird gleich wieder rausgehen, weil da ist ja auch niemand, logischerweise. Aber wenn wir hier oben noch mal im Kanal sehen oder uns hört, lieber Jungwolle, du bist immer nur im Flur. Du musst in den Retro-Kompatt-Kanal und dann auf Audio-Stammtisch klicken und dann das auf der Homepage angezeigte Passwort eintippen. Eigentlich ganz simpel. Oh, die wollen hier einen Covid-Versicherungsschutz anbieten, aber das ist ja Blödsinn. Wenn man eine reißerüchte Versicherung hat, ist es ja auch dann Pille-Palle. Wie gesagt, du musst bei vielen Sachen wirklich ins Kleingedruckte gucken. Ja, vor allem, es gibt eine Temperaturkontrolle und ja, wenn man die nicht besteht, hat man Pech gehabt. Das heißt, wenn du ein heißer Typ bist, dann klappt es nicht, oder was? Ja, aber dann greift ja halt auch, wie gesagt, die Reiserücktrittsversicherung beziehungsweise die Krankenversicherung, also nicht die Krankenversicherung, die, 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 äh, ne, ne, doch, Reise, ne, es gibt so eine Reiserücktrittsversicherung, glaube ich, die greift dann. Ich habe jetzt mal kurz in Zoom eingeschaut, da war niemand mehr außer mir. Ist ja schwer rausgegangen, weil da keiner war. Also wenn ihr das nächste Mal seht, dann sagt ihm doch mal, wie das hier funktioniert, weil so schwierig ist es nicht. Wir haben es ja auch erklärt eigentlich, aber er hängt halt ein paar Mal oben im, im Flur rum bei TeamSpeak. Ja, wo wir beim Thema sind, liebe Zuschauer auf Titsch, die Stunde ist um, wir machen hier natürlich noch weiter Open End und, äh, wer weiter zuhören möchte, muss sich entweder mit einloggen und mitmachen oder wie gesagt, für alle unsere Unterstützer auf Paypal und Patreon gibt es den ganzen Rest dann morgen auch nochmal zum Nachhören im Laufe des Tages. Ja, danke an euch und, äh, den Livestream beenden wir jetzt erst einmal. Bis demnächst. Ja, und wenn ihr wissen wollt, ob ich gebucht habt, dann, ja, abonniert uns beziehungsweise, ja, werdet Patreone und dann könnt ihr dann hören, ob ich dann gebucht habe oder nicht. Oder ihr kommt gleich zum Weihnachtsfest und guckt, ob er auftaucht. Bis dann. Tschüss. So, Stream ist beendet. Aber wir machen natürlich hier weiter und ich muss auch, wie gesagt, noch ein paar Sachen abarbeiten, aber ich bleib mit einem Ohr dabei. Wenn irgendwas Spannendes passiert, werde ich mich natürlich einmischen, falls hier wieder, äh, Sachen sind. Kennt ihr das auch, wenn ihr den Stammtisch nachhört? Wollt ihr mitreden? Ist euch das auch schon mal passiert? Ja. Immer. Das ist, ja, vor allem, ich hab auch schon mal angefangen zu reden und dachte, nee, scheiße, ist ja eine Aufzeichnung. Ja, man bereut das richtig. Ich wollte letztes Mal im Chat was nachbessern, doch, man müsste es ja eine Aufnahme. Genau, das muss man. Oder ich hab ja, ähm, den, was war das? Den einen Stream, Jungspiel alt, den Michael ja gemacht hat mit den dreien, und Miriam und Robin und, äh, Und Chana, nee, Robin, Danny und Chana, ja, genau. Frox. Den hab ich, äh, Zeitversetzt geguckt und ich wollte was in den Chat reinschreiben. Man ist so bekloppt. Ich wollte wirklich auf da, da denkst du, wieso geht der Chat nicht? Ja, kein Wunder, das ist ja eine Aufzeichnung gewesen. Also, war ja schon vor einer Stunde live, aber völlig absurd. Ja, ich hab ja, ich hab ja, ich hab ja, beim Spiel, bei mir, ähm, haben wir gedacht, so, geh ich mal in den Spielstimmer weiter und ich dachte mir, ich wäre schon ewig weit. Ich war nicht mal in Kapitel 3 und stell das Spiel. Jungwolle ist wieder im Flur, mit Ton aus, nur als Hinweis. Entschuldigung. Letztes Spielstimmer von vor zehn Jahren, haben wir gedacht, okay, gut. Kann einer von euch, der nicht aufnimmt, bitte mal in den Flur gehen und gucken, ob ihr ihn da wegkriegt, weil wenn ich rausgehe, stürzt die Aufnahme ab. Äh, Jungwolle war eben auf Zoom, jetzt ist er wieder im Flur. Ich vermute, der will zu uns. Ob da mal jemand in den Flur gehen kann, oben bei TeamSpeak und versucht mal, mit ihm zu kommunizieren. Danke. So, jetzt mach ich mal Folgendes. Jetzt will ich mal wissen, was das Ganze, wenn ich jetzt mit der Deutschen Bahn fahren würde, wie lange ich da bräuchte und was das kostet. Und ob du ankommst. Es wäre zeitlich nur im Flug gar nicht so viel, so viel besser sein, weil du auch diese ganzen Aufenthaltszeiten am Flughafen natürlich hast. Ja, aber ich genieße das halt irgendwie. Das ist ein bisschen so wie Urlaub. Du, jeder wie er mag. Ich habe zeitweise gerne eine Bahn genommen, zumindest wenn ich nicht umsteigen muss, weil die Deutsche Bahn schafft es das sogar ohne Umsteigen Verspätung aufzubauen. Aber wenn du weißt, umsteigen geht, bin ich raus. Der Witz ist, wenn ich jetzt von Adenau eine Verbindung mache, das geht momentan nicht. Das geht nicht, weil normalerweise gab es früher eine Busverbindung zum Bahnhof und der Bahnhof ist ja zerstört. Also geht nicht. Da muss ich jetzt erst mal eine Stunde fahren und dann von da aus. Ich habe mal versucht, ob ich Jugendwolle erreichen kann, aber ich weiß nicht, sprechen kann er nicht. Okay, weil er erst bei Zoom versucht, da reinzukommen. Jetzt hier, er will sicherlich irgendwie zu uns, aber wenn er es ja mal nachhört, irgendwann, du bist nur im falschen Unterordner, sonst ist alles gut. Also im falschen Oberordner sozusagen. Ich habe mir jetzt auch gerade die Fahrverbindungen angeschaut, weil bei mir ist Zug am sinnvollsten, das ist gar nicht mal so schlimm. Von hier nach München und dann ICE durchgehend nach Hamburg. Der geht schnell durch. Das ist super. Ich fahre ja mehrfach im Jahr oder vor Corona zu den Fernsehshows nach München immer, bin ich ja drei, viermal im Jahr und das geht wunderbar. Da bin ich hingefahren mit dem Zug, habe die Show gemacht und habe den Nacht so viel Sonnen genommen sogar teilweise. Also das geht gut, die Verbindung. Der geht hier 7 Uhr morgens weg und ist um 15 Uhr 30 oder was in Hamburg. Eben, das ist völlig schmerzfrei. Das ist völlig schmerzfrei. Und nicht mal teuer. Sogar erste Klasse, wenn du nicht die Option nimmst zum Stornieren, hin und zurück 160 Euro. Ja, das wird aber noch teurer. Da kannst du sicher sein. Ich musste bei vielen Sachen immer sehr kurzfristig buchen und dann zahlst du schon in der zweiten Klasse 100 Euro pro Strecke oder irgendwas manchmal. Da muss man echt gucken. Das ist ein guter Preis, schon mal auf jeden Fall. Ja gut, also bei mir dauert eine Fahrt sechs Stunden mit zweimal umsteigen und das geht eigentlich. Ich habe jetzt auch mal hier erste Klasse, super Sparpreis, 81 Euro. Oder warte mal, ist es nur eine Fahrt? Das ist wahrscheinlich nur eine Fahrt. Aber wie gesagt, du musst ja auch nicht erste Klasse nehmen, wenn du da, so schlimm sind die zweiten Tassen ja auch nicht mehr inzwischen. Also ich gucke zwar auch immer, wenn der Unterschied der 20 Euro ist, mache ich es auch, aber wenn es natürlich so ein Unterschied ist. Tatsächlich. Ja gut, aber es gibt wahrscheinlich da keine erste Klasse auf den Zügen. Das kann natürlich sein. Aber wie gesagt, die Preise sind völlig in Ordnung teilweise. Man muss nur rechtzeitig buchen. Ich kann halt nicht rechtzeitig buchen bei den meisten Sachen, weil ich halt nicht genau weiß, wann ich wo sein muss. Aber wenn man ein Vierteljahr oder einen Monat, zwei Monate vorplanen kann, dann lohnt es sich immer. Hat sich der Andreas aus Österreich schon gemeldet? Der ist angemeldet bei uns schon für die Tage, ja. Okay, dann muss ich mich immer kurz schließen, wie er es macht. Ja, irgendwas hat er geschrieben, was er schon gebucht hat. Er musste ihn mal fragen. Er hat sich auf jeden Fall fest angemeldet. Deswegen sage ich ja, Samstag, Sonntag zumindest wird es richtig retrokompottig. Natürlich, wenn man jetzt so kurzfristig bucht mit der Bahn, dann hat man verloren. Das ist halt dann ein Wucher. Das meinte ich eben, Das ist das Riesenproblem. Ich weiß ja teilweise eine Woche vorher, ob ich irgendwo eine Zulassung habe. Bin ich im Job? Schleppt halt nicht. Allerdings ist jetzt natürlich das Problem halt auch mit dem ganzen Corona, weil es wäre halt nicht schlecht, eine Stornierungsoption zu haben und die hast du halt bei der Bahn nicht. Ja, oder du musst halt dann wirklich, zum Beispiel, wenn du stornieren möchtest, dann musst du jetzt für das erste Klasse-Ticket statt 80 Euro 300 Euro zahlen. Ja, und da hast du eine Stornieroption und dann ist es natürlich vieler teuer. Ja, aber ganz ehrlich, Aber schau mal nach dem Sparpreis. Erstmal das. Ja, da kriegst du keine Stornieroption. Ja, aber da hast du aber einen Preis, der fast irrelevant ist. Da musst du aussehen, wie hoch ist die Chance, dass du stornierst. Ansonsten hast du halt die Arschkarte. Bevor ich 300 Euro zahle mit der Stornieroption, riskiere ich doch lieber einmal 80 Euro. Also, sind sie ja gar nicht. Sind sie ja gar nicht. Es gibt eine Unterscheidung. Ich habe es gerade vor mir. Es gibt einen Supersparpreis, da kriegst du gar nichts wieder. Und dann gibt es einen Sparpreis, da kriegst du, musst du einen Tag vorher stornieren und dann kriegst du 10 Euro quasi als Strafgebühr drauf und den Rest kriegst du als Gutschrift. Ja, ist das super. So verstehe ich das jedenfalls, was ich hier gerade vor mir habe. Also, beim Sparpreis steht hier, ah, Storno vor ersten Geltungstag kostenpflichtig. Was heißt das? kostenpflichtig heißt 10 Euro Gebühren. Zum Beispiel 10 Euro Gebühren, das ist kostenpflichtig, ja. Da steht nicht, dass das komplett storniert wird, also komplett verfällt. Ah, okay. Ja, das geht ja dann eigentlich noch. Und was kostet denn die zweite Klasse? Weil ich habe jetzt mal nur erste Klasse eingetippt, weil das ist ja echt billig. Das wird dir keiner sagen können, außer du selbst, wenn du guckst. Also, bei mir hier war der Unterschied nicht groß, 20, 30 Euro zwischen erster und zweiter Klasse. Das wird auch immer extremer, je ne, du einen Termin ran rückst. Das ist das einzige Problem. Und wie unterscheidet sich das denn jetzt, da im Zug, die erste und zweite Klasse? Also, es ist etwas mehr Platz in der ersten Klasse und in Anführungszeichen gemütlicher und du hast, glaube ich, ein etwas schnelleres WLAN. Aber das ist, also ich bin da nicht so empfindlich. Also ich fahre fast nie erste Klasse, außer es ist halt ein Unterschied von 10, 20 Euro auf einer langen Strecke, dann nutze ich das natürlich schon. Aber so schlimm ist das in der zweiten Klasse jetzt auch nicht. Es ist jetzt nicht, dass du da harte Holzbänke hast, wo du dich hinsetzen kannst. Das ist es definitiv nicht. Du hast die aktuelle Tageszeitung, wenn du drauf stehst. Ja, aber das muss ich durchrechnen. Ich sagte eben, wenn es 20 Euro Unterschied ist, mein Wegen, aber wenn es 50 Euro Unterschied ist, gehe ich zum Bahnhofskiosk und kaufe für einen Euro die Zeitung. Also ernsthaft. Ja, klar. Aber jeder, wie ich es mag. Also wer es sich leisten will und kann, es ist immer einen Tick schöner, aber es ist nicht notwendig. Also das definitiv nicht. Ja, nice to have. Ja, klar. Vor allem, wie gesagt, ich habe sogar schon Buchungsmöglichkeiten gehabt. Teilweise waren die Preise identisch. Also wirklich fast identisch. Und dann ist es natürlich scheißegal. Und wie ist es denn jetzt eigentlich so mit Koffer zu reisen im Zug? Geht das denn eigentlich? Da sind Kofferabstellmöglichkeiten immer in jedem Abteil. Und entweder hast du oben drüber die Ablage, wo die meisten Sachen reinpassen. Und wenn du viel größere Sachen hast, oder so viele Sachen, gibt es alle paar Meter so ein Ständersystem, wo du es reinpackst. Aber du kannst die meisten Sachen auch, wenn du normale Koffer hast, oben über den Kopf, in die Ablage reinpacken. Ungefähr dreimal so viel Platz wie im Flugzeug gefühlt. Also ja, das geht. Soweit ist die Bahn schon ausgerüstet. Ja, ich stelle mir das halt nur unheimlich schwer vor, wenn du auch mit einer Familie irgendwie zu einem Flughafen mit dem Zug fährst. Und du musst dann halt irgendwie auch quasi als einziger Mann bei uns, muss man sich dann im Prinzip um alle Koffer der Kinder und so kümmern. Und dann musst du rechtzeitig anfangen, die Sachen wieder rauszuholen aus dem Regal. Das ist halt echt stressig, finde ich. Ja, aber sie gehört dazu. Mein Gott. Gibt es auch mittlerweile so USB-Lademöglichkeiten? Ja. Es gibt Steckdosen bei der Deutschen Bahn tatsächlich. Ja, an jedem Platz. Normalerweise sogar in der zweiten Klasse. Ja. Sogar im Regio. Richtig. Es gibt Steckdosen, Ingo, für alles. Für Laptops. Ja gut, also wie gesagt, ich fahre ganz, ganz, ganz selten. Ich auch, aber wenn, dann habe ich da auch immer mit dem Laptop gearbeitet, habe meine Sachen abgearbeitet in der Bahn. Das WLAN ist halt nicht durchgängig super, sagen wir es mal so rum. Das kriegen sie halt in einigen Kaffs nicht hin, aber ansonsten ist das... Ich bin hier gerade, wann bin ich das letzte Mal Zug gefahren? Ich glaube, vor acht Jahren irgendwann mal habe ich... Seitdem ist einiges noch besser geworden. Das Einzige ist halt immer noch, ein Zug von Hamburg nach München schafft es manchmal auf unerklärliche Weise, ohne dass er irgendwie stehen bleibt, irgendwo eine Stunde Verspätung aufzubauen. Solche Sachen habe ich schon ein paar Mal gehabt, aber das weiß man ja dann. Ach nee, ich bin ja, ich bin also im Zug nach Köln mal gefahren vor anderthalb Jahren. Und dann zur Gamescom bin ich im Zug gefahren. Das kann ich gucken. Das kommt bei mir jetzt noch länger her. Ja, und dann aber halt, das sind aber auch kürzere Strecken gewesen. Und ja, das ist halt... Wahrscheinlich, wenn jetzt die Bahn bei uns näher wäre, dann würde ich auch öfters mit dem Zug fahren. Aber halt auch so lange reisen, das ist halt... Ja, da ist man eher gewohnt, halt mit dem Auto zu fahren. Ach, warte mal, ich brauche jetzt noch einen Parkplatz am Flughafen. Das musst du ja zum Glück nicht in Hamburg machen, weil der ist da unbezahlbar. Ich weiß nicht, wie es woanders ist. Ja, das ist eine Sauerei. Ich hatte ja das letzte Mal, als ich jetzt in Hamburg war, da war ich ja dann, ich weiß nicht, neun Tage in Hamburg. Ich glaube, ich habe da insgesamt 400 Euro Parkplatzgebühr bezahlt. Das war echt richtig heftig. Dann stelle ich mir aber die Frage, warum du den Wagen nicht einfach woanders hingestellt hast. Also tut mir leid. Weil du hättest ja auch sonst wo parken können, und dich da dann wieder hinfahren lassen. Ja, stand halt im Hotel. Ja, ich hätte den Wagen dann in irgendeiner Seitenstraße geparkt, im Notfall. Ich meine, du wirst ja nicht mit dem Reus Reus da hingefahren sein. Also für ein Euro Parkgebühr hätte ich nicht bezahlt, ehrlich gesagt. Aber auch da jeder, wie ich es mag. Guten Abend, die Herren und Damen. Oder Damen und Herren. Kannst du auch weiter Werbung für Busbahnen und Hotels machen, wenn wir schon dabei sind wieder? Ha, ha. Warum soll ich das machen? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wer uns jetzt am Ende... Wir sind momentan gesponsert von NH Hotels. Ja, wollt ihr jetzt alle ins NH oder A und O will auch jemand? Nee, nee, NH. Wir sind aber nicht gesponsert. Das Hotel ist richtig gut. Das ist ja... Moment, das habe ich ja vorhin gesagt. Ich war ja schon mal da. Ja, ja. Und es hat durchaus einen recht guten Standard. Es hat eine Badewanne, es hat Morgenmäntel. Genau. Es ist halt... Die Zimmer sind relativ klein, aber herrje, ja. Ja, aber alleine geht das eigentlich schon. Also 23 Quadratmeter. Was ich mir diesmal gegönnt habe, das war jetzt das Zimmer mit Blick, weil das hat eine Kaffeemaschine und einen Wasserkocher. Ein Blinder-Blick? Das ist, glaube ich... Also ins Hartz-IV-Wohngebiet oder auf die tote Pferdelaufanlage? Nein, der Blick interessiert mich nicht. Ich wollte die Kaffeemaschine haben, weil ich brauche meinen Kaffee und es war unterschiedlich, ich glaube, 5 Euro oder sowas. Okay. Aber um es nochmal zu betonen, wir werden nicht gesponsert, bekommen dafür leider nichts. Ja, ich muss zugeben, beim letzten Mal habe ich mich geärgert, weil ich hätte gedacht, das wäre eigentlich auch bei den Nicht-Blickzimmern dabei, weil ich habe irgendwie den Unterschied, die Differenzierung habe ich nicht kapiert, mit Blick und ohne Blick. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass halt der Wasserkocher und die Kaffeemaschine gefehlt haben, weil ich hatte ja dann abends, am Freitag am Stammtisch teilgenommen und mir hat dann halt etwas zu trinken gefehlt. Euch hat der heutige Stammtisch gefallen? Dann hören wir uns doch sicher auch nächste Woche wieder. Ihr habt nur eine Stunde hören können? Dann unterstützt uns bei Patreon unter www.patreon.com slash retrocomport oder steady und ihr erhebt Zugriff auf die kompletten Folgen. Ihr kontaktiert die gesamte Folge mehr, dann seid ihr bereit, Unterstützer und hilft Projekte wie dieses langfristig zu sichern. Falls ihr selbst mal am Stammtisch teilnehmen wollt, ist dies ganz einfach. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.patreon.comport.de Erreichen kann man uns unter mail.patreon.comport.de Bis nächste Woche!